Ja, das Riesenmöbel hier verrät es ihr schon. Heute geht es um Bildschirme. Bildschirme und das iPad. Mein größter Wunsch für iPadOS 15 war ja Bildschirm-Support fürs iPad. Dass das iPad problemlos an externe Bildschirme angeschlossen werden kann und dann einfach alles funktioniert. Einfach so halt wie mit dem Laptop. Nun, das Feature kam nicht. Was aber kam, war der Monitor, den ich mir von Dell ausgeborgt habe, um das dann auch richtig testen zu können. Nun, der Monitor kam nicht ganz umsonst, ehrlich gesagt. Nein, ich habe einen großen Artikel für den Tagesanzeiger geschrieben über Mini-LED, die Technologie, die da in diesem Monitor steckt und auch im neuesten iPad Pro. Ich habe ihn unten an diesem Artikel verlinkt. Aber ich dachte, wenn wir das Riesenteil schon hier haben, können wir ja mal noch gucken, wie das wirklich aktuell funktioniert mit Apps und Bildschirmen. Welche Apps können das schon, welche Apps können es nicht und was funktioniert so so lala. Darum, ich zeige euch mal die Apps, die es am besten können und ein paar Apps, wo es wirklich lausig funktioniert. Ja, dann schließen wir mal alles an. Thunderbolt hier rein und hier und es kann losgehen. Einschalten und ja, da haben wir es schon. Der Bildschirm wird gespiegelt. Große schwarze Ränder links und rechts. Das erste gute Beispiel kommt von LomaFusion. Das ist die Video-App, die ich zum Schneiden verwende. Die ist grossartig und die hat eben auch Support für externe Bildschirme. So kann man den externen Bildschirm als Kontrollmonitor nutzen. Dann sieht man jetzt für den ganzen Bildschirm, da sehe ich jeweils mein Video. Hier in dem Fall sogar in 4K. Und unten schneide ich, editiere ich und man hat auch verschiedene Layouts zur Verfügung. Wirklich ein ganz, ganz gutes Beispiel, wie iPad und externe Bildschirme funktionieren könnten. Aber eben, funktioniert halt nur auf App-Ebene und nicht generell. Generell, aber hier wirklich ein bestes Beispiel für externe Bildschirme am iPad. Nächstes Beispiel. Affinity Photo. Die machen es auch grossartig. Nehmen wir da irgendein Beispiel. Was haben wir da? Auf dem iPad habe ich gar nicht so viele Fotos editiert. Da nehmen wir das hier. Ja, und dann sieht man auch schon auf dem externen Bildschirm, Bildschirm füllend, das Bild. Und auf dem iPad die Bearbeitungsoberfläche mit allen Optionen und Funktionen auch sehr gut gelöst. Gilt übrigens auch für Affinity Designer. Nächstes Beispiel, Apple Fotos. Die können das auch. Da hat man eine Diashow. Unten seht ihr, da sieht man auch noch die Vorschau und alles. Und auf dem Bildschirm sieht man nur das einzelne Foto. Ja, das sind die misslungenen Brotversuche, wie sich mein wirklich gutes Brotrezept zusammenhatte. Da sind ein paar Sachen ziemlich in die Hose gegangen. Aber wir müssen jetzt nicht über Brot sprechen, sondern das nächste Beispiel. Google Fotos. Die machen es noch besser als Apple Fotos. Funktioniert auch gleich, aber da kann man auf dem iPad das Vollbild wieder schliessen, anderes Foto aussuchen. Und das wird dann auch im Grossbild angezeigt. Wirklich ganz toll gemacht von Google Fotos. Was mal wieder jemand behauptet, Google gäbe sich keine Mühe mit iOS oder iPad Apps. Wirklich super gelöst. Dann, was haben wir noch für gute Beispiele? Ja, natürlich. Apple TV. Hier schauen wir, was schauen wir? Nehmen wir einen James Bond Goldfinger. Wäre ja gelacht, wenn das nicht funktioniert. Funktioniert großartig. Auf dem iPad geht es aus. Oben läuft der Film. Natürlich können das auch die anderen. Schauen wir schnell Netflix. Was haben wir hier? Das ist ja die Gelegenheit, die großartige neue Masters of the Universe Serie zu gucken. Ja, sobald man den Film startet, wird er Vollbild. Das sieht man jetzt nicht mit dem Netflix-Logo. So ein bisschen nach vorne. Ja, genau so. Klappt auch sehr gut. Die haben den externen Bildschirmsupport auch drin. Ja, und wer hätte es gedacht? Disney natürlich auch, aber wir kontrollieren trotzdem schnell. Was nehmen wir hier? Ja, den Ragnarok. Läuft gerade der Abspann. Sieht auch sehr toll aus. Sowieso sieht alles sehr toll aus auf diesem Delpho-Bildschirm. Wirklich ganz, ganz toll mit Mini-LED. Aber kommen wir nachher noch dazu. Jetzt schlechte Beispiele. Das enttäuschendste von allen. Ja. YouTube. Schauen wir einen Film von mir. Nein, das kommt jetzt nach Werbung. Unmöglich diese Werbung hier machen. So. Weggespult. So, da seht ihr. Unglaublich viele Ränder rund um links. Rechts, rechts, oben, unten. Ja, nein. YouTube ist wirklich nicht optimiert für externe Bildschirme auf dem iPad. Sehr, sehr schade. Und da kommt noch ein Hinweis. Nein, den wollen wir nicht. Was ich mir auch wünschen würde, dass es besser funktioniert, ist Safari. Ist auch ganz schade. Da sieht man dann halt auch links und rechts riesige Ränder. Und ja, Safari weiß gar nichts anzufangen mit dem großen Bildschirm. Da kann man noch so viele Fotos haben. Nächstes Beispiel, wo es enttäuschend ist. Ja. Eine Fotobearbeitungssoftware. Lightroom. Kann es auch nicht. Würde sich unglaublich anbieten. Affinity um Welten besser. Und wo ich es mir auch noch wünschen würde, ist bei Ulysses. Meine Lieblingsschreib-App. Die nutze ich jeden Tag ganz, ganz viel. Da wäre es toll, wenn man da den ganzen Bildschirm nutzen könnte. Kann man aber nicht. Ja, und jetzt ruft vermutlich jemand, aber es gibt auch Shift-Screen. Da diese App, die das kann. Ja, die gibt es. Die macht, naja, die Tricks, die ist ein bisschen ein Hack. Die macht Web-Apps. Zeigt sie dann Bildschirmfüllend. Man kann da links, rechts, überall Web-Apps platzieren. Muss halt alles irgendwo im Browser funktionieren. Und naja, nützlich aber eine Spielerei. Und ganz ärgerlich. Wenn man das iPad jeweils zuklappt. Sende-Schluss. Ja, wirklich lausig, dass dann alles ausgeht, wenn man das iPad zuklappt. Da hat Apple wirklich noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe ja, es kommt im Frühjahr nächsten Jahres wie damals Maus-Support. Aber vermutlich iPadOS 16, vielleicht sogar 17. Keine Ahnung, wann es kommt. Auf jeden Fall, ich wäre sehr froh drum, wenn das ziemlich bald käme. Weil es macht wirklich Spaß, mit dem externen Monitor zu arbeiten. Und wie ihr gesehen habt, mit ein paar Apps funktioniert es ja auch jetzt schon sehr, sehr gut. Nun muss man noch was sagen zum Monitor. Ja, jetzt steht alles in meinem Artikel kurz zusammengefasst. Unglaublich tolles Bild hat das Ding. Ist mit 32 Zoll viel zu groß für mich. Ich finde ja den neuen iMac mit 24 Zoll ist ziemlich genau die ideale Größe. Aber der hier ist natürlich wirklich Multifunktionstalent. Man kann ja auch rauf und runterschieben, drehen. Er hat alle Anschlüsse, die man möchte. Gerade Thunderbolt ist unglaublich praktisch bei einem Monitor. Da kann man einfach das iPad anschließen und es voll geladen und allerhand Zubehör anschließen. Das hat natürlich Spaß gemacht. Was ein bisschen ein Nachteil ist, er stinkt. Ja, er hat so einen ganz unangenehmen Geruch nach so ein bisschen bräseligem, sagen wir auf Schweizerdeutsch, angebrannten Plastik. Und so oft habe ich ihn jetzt wirklich nicht genutzt, dass er dadurch auch gebrannt wäre. Nein, vermutlich einfach, hat niemand daran gedacht. Und ja, ich hätte es auch schöner gefunden, wenn er ein bisschen mehr Metall als Plastik hätte. Aber er ist jetzt schon 20 Kilo schwer mit. Noch mehr Metall hätte ich ihn vermutlich nicht mal mehr in die Wohnung tragen können. Naja, soviel zu dem Monitor. Den gehe ich jetzt wieder einpacken. Und zurück an Dell mit dem Riesenteil. Falls euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Nein, Daumen nach unten. Und falls ihr Fragen habt zu Apps und externen Bildschirmen, immer unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. 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 Und dann sehen wir uns im nächsten Video.